Wunderschönen guten Tag zu den Bergbau-Nachrichten auf RohstoffTV, meine Damen und Herren. Der Zinnpreis liegt im Bereich um 25.600 Dollar pro Tonne und ist eigentlich zu tief. Der 3-Jahres-Chart zeigt eine interessante Bereichsausbildung zwischen 25.000 und knapp 30.000 Dollar die Tonne. Bei den immer noch vorherrschenden Ungleichgewichten bei Angebot und Nachfrage sollten deutlich höhere Zinnpreise in 2024 auf uns zukommen. Da passt es sehr gut, dass Firstin gerade eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung nach Jog-Standard für ihr Taronga-Zinnprojekt in Australien bekannt gab. Bei einer Betriebsschwellengrenze von 0,05% Zinn bis zu einer maximalen Tiefe von 300 Metern unter der Oberfläche ergaben sich 86.200 Tonnen Zinn in der gemessenen und eingezeigten Kategorie sowie 61.100 Tonnen in der abgedehten Kategorie. Dies ist eine beträchtliche Steigerung der Größe um 240% im Vergleich zur vorherigen Mineralressourcenschätzung aus dem Jahr 2014, die mit einem Cut-Off-Gehalt von 0,10% Zinn berechnet wurde. Der niedrigere Cut-Off-Wert für die aktualisierte Mineralressource basiert auf überarbeiteten wirtschaftlichen Überlegungen einschließlich höherer 3-Jahres-Zinnpreise, niedrigerer australischer Dollar zu US-Dollar Wechselkurse und vorläufiger Schätzungen der Abbauverarbeitungs- und Verwaltungskosten. Vergleicht man dies dann, bedeutet dies eine Steigerung des gesamten enthaltenen Zinnmetalls um 40% bei gleichem Cut-Off. Dies kam durch folgendes zustande. Die Explorationsbohrungen von Firstin erweitern erfolgreich die Mineralressourcen im Südwesten der bestehenden Schätzung, eine neue geologische Interpretation und eine rekonfigurierte Neigungsinterpolationstechnik. Zum ersten Mal wurde eine gemessene Ressourcenkategorie aufgenommen. Dies basiert auf dem erfolgreichen Bohrprogramm von Firstin, das die Bohrdaten von Newmont validierte, sowie auf einer detaillierten Untersuchung der QAQC-Daten von Newmont, die die Zuverlässigkeit der historischen Bohrdaten bestätigte. Firstin ist für uns ein klarer Kaufkandidat und wir sehen ein erstes Kursziel bei ca. 50 Euro Cent. Die Aktie sollte ihre Wohnenbildung abschließen und spätestens 2024 dann richtig Fahrt aufnehmen. Uran steigt weiter und American Future Fuel startete Phase 1 ihres dreiphasigen Bestätigungsbohrprogramms auf ihrem Uranprojekt Ceboleta, das sich im Grants Uranium Mineral Belt knapp 60 km von Albuquerque in New Mexico befindet. Ceboleta ist ein fortgeschrittenes Uran-Explorationsprojekt mit einer historischen abgeleiteten Uranmineralressource von 5,6 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,17 Prozent U3O8-Äquivalenten, mit fast 19 Millionen Pfund U3O8-Äquivalenten, sprich 8600 Tonnen, gemäß einem technischen NI-43101-Bericht von 2014, der vom früheren Eigentümer Uranium Resources erstellt wurde. Da dies historische Natur ist, muss sie nochmals überprüft werden. Das Bestätigungsbohrprogramm wird sich auf Area 1 konzentrieren und mehrere Generationen von historischen Bohrlöchern miteinander verbinden, die sieben oberflächlichen mineralisierten Horizonte auf dem Vorseigebäut Ceboleta des Unternehmens identifiziert haben. Das Programm wird der erste Schritt des Unternehmens zur Erstellung einer aktuellen Ressourcenschätzung sein. Nach Abschluss der ersten Phase des Bohrprogramms wird das Unternehmen zwei weitere Phasen im Gebiet 3 und ausgewählte Infillbohrungen durchführen, die die Veröffentlichung einer aktualisierten NI-43101-konformen Ressource ermöglichen werden. Erste Ergebnisse sollten zügig zur Verfügung stehen. Gleichzeitig hat das Unternehmen bereits mit den Genehmigungsplänen für die Phase 2 und 3 der Bohrungen begonnen. Phase 2 wird voraussichtlich 20 bis 30 Bestätigungsbohrungen im Gebiet 3 des Projekts ermöglichen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Bohrungen der Phase 2 im ersten Quartal 2024 bereits beginnen werden. Phase 3 wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 beginnen. US Critical Metals erwarbt gemeinsam mit seiner 100-prozentigen Tochtergesellschaft US Energy Metals ein Explorations- und Joint-Venture-Abkommen per 15. September in Bezug auf das Lithium-Projekt McDermott in Nevada mit Life Energy Minerals, einem börsennotierten Unternehmen aus British Columbia, das an der CSI notiert ist und dessen 100-prozentiger Tochtergesellschaft in Nevada, der Lithium Valley Holdings, das dem Unternehmen die Option einräumt, eine Beteiligung von bis zu 50% am Projekt zu erwerben. Sowie eine weitere Option, eine zusätzliche Beteiligung von 25% zu erwerben, wodurch sich die Gesamtbeteiligung dann natürlich auf 75% beläuft. US Critical Metals ist an zweiführenden Lithium-Becken in Nevada beteiligt, im Clayton Valley und im McDermott Basin. Nevada ist der einzige Lithium-produzierende Bundesstaat in den USA. Zur McDermott Caldera gehört Thacker Pass, ein Projekt in der Bauphase, das als erstes Lithium-Ton-produzierendes Projekt in den USA positioniert ist. Die McDermott Caldera ist die potenziell größte Quelle von Lithium-Tonen in der Welt und McDermott Lithium East erstreckt sich über 6.500 Acres von Bureau of Land Management Claims mit einer vorläufigen Oberflächenprobe von 1.907 ppm Lithium. Auch befindet es sich in einer geologisch-strategisch günstigen Lage am Rande des McDermott Caldera, ähnlich wie das Projekt Thacker Pass, das 19 Kilometer westlich liegt. Das sind gute Neuigkeiten für USCM und wir sehen das Unternehmen als deutlich unterbewertet an. Sie finden alle Informationen auch auf unserer Commodity-TV-App in Deutsch und Englisch sowie alles rund um Rohstoffe. Wir freuen uns über ein Like und viel wichtiger, abonnieren Sie doch einfach unseren Kanal. Bitte beachten Sie den folgenden Disclaimer. Die besprochenen Aktien sind oder werden Teil des SRC Mining Special Situation Certificates und ich bin Aktionär der Unternehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.